Ja, endlich Feierabend Ich geh mal jetzt bisschen spazieren Ich lauf bisschen in Frankfurt rum Oh Mann, ich hab so einen Kohldampf bekommen Komm, ich geh mal zum Chinesen Der Verkäufer fragt mich Was möchtet ihr gern haben? Ich hätt gern einmal die Nummer 90 Gebratene Reis mit Hähnchen, Fleisch und Gemüse Da fragt mich der Verkäufer Möchtet ihr noch irgendwas dazu haben? Und ich dir na klar Was bieten sie mir denn an? Paprika in Tüte Space Shuttle Commanders Yeah, es ist schon spät geworden Und ich hab wieder so einen Kohldampf bekommen Oh Mann, ich bin nur am futtern Ich glaub, ich mach mir Spaghetti Bolognese Doch ich merke Mir fehlt irgendeine Zutat Komm, ich geh mal in den Supermarkt Da fragt mich der Verkäufer Kann ich Ihnen weiterhelfen? Mir fehlt noch eine Zutat für meine Bolognese Er scheint zu wissen, was mir noch fehlt Was bieten sie mir denn an? Paprika in Tüte Space Shuttle Commanders Was soll ich noch sagen? Ich kann mich nicht beklagen Paprika in Tüte Das Beste für meinen Magen Was soll ich noch sagen? Ich kann mich nicht beklagen Paprika in Tüte Das Beste für meinen Magen Paprika in Tüte Was soll ich noch sagen? Ich kann mich nicht beklagen Paprika in Tüte Das Beste für meinen Magen Was soll ich noch sagen? Ich kann mich nicht beklagen Paprika in Tüte Das Beste für meinen Magen Ich kann mich nicht beklagen Untertitelung des ZDF, 2020